Die nächsten Streams sind tatsächlich, äh, auf Twitch anzutreffen. Ich finde einfach, Twitch hat eine bessere Atmosphäre, was Streams angeht. Für alle, die auf Twitch aktiv sind, folgt mir da. Dort werden jetzt so ziemlich alle Streams kommen. Danke für die Bits, Bro. Ah, ich werde nicht sterben. Weil ich hab den Schalter umgelegt zur Qualitäts-Gameplay gerade. Deswegen tut mir leid, ne, aber gestorben wird heute nicht mehr. Wow, 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 wow. Nein! Fuck! Ich dachte, ich hätte mich gerettet. Ah, ich werde nicht sterben. Ah, hier sind die Red Coins. Warum sind die alten Games so viel besser als die neuen? Oh nein, ich dachte, es wäre ge- Oh mein Gott, er springt runter. Oh mein Gott. Und ich laufe mal runter. Ich glaube, es kommt jetzt los. Ich glaube, ich laufe, scheiße. Oh nein. Oh, guck mal da, Digga. Red Rock. Ich kann nichts machen. Junge, ich werde vergewalt- Ich wusste nicht, dass die jetzt vorbei ist. Okay, jetzt konzentrieren. Wow, okay. Jetzt konzentrieren. Los geht's, man. Achso, sie fühlt gerade schon. Nein! Was? Das hat nicht mehr gezählt. Das ist ja wohl die heftigste Phase, die ich jemals erlebt habe. Reicht das an Höhe? Es war sogar zu hoch. Es war sogar zu hoch. So, komm jetzt hier. Yes. Fuck, Alter. Dieser scheiß Boss. Wenn wir am letzten Level jetzt scheitern, wäre es ja richtig traurig. So, deswegen kommen. Das wird jetzt durchgeskillt. Das habe ich schlechtes verbrochen. Ich bin, glaube ich, gerade schon in der Hölle. Aber ich muss euch meinen Skill einmal... Oh, jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Ich muss euch meinen Skill beweisen. Nächstes Level. Das Ding ist halt, wenn jemand an mich denkt, dann denkt er direkt, ach, der Streamer mit dem geilen Gameplay. So kennt man mich. Ich würde auch den beschissensten Artstyle der Welt gucken, wenn die Story lit ist. Boah! Boah! Sheesh, Alter, das Tor. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Ah! Oh, boah! Boah! Ich dachte, ich bin tot. Oh, was für ein Skiller. Weg mit dem Ball. Auf seinen Torwart. Ja, jetzt! Nein! Yes! Ja, das war, das war Pfeifat. Das müsst ihr zugeben, das war so Pfeifat. Aber wie komme ich jetzt weiter? Ich muss mich schräg nach oben boosten, oder was? Oh, nein. Wie soll ich das denn schaffen? Ah! Ja, ja! Oh mein Gott, manchmal bin ich wirklich erstaunt von meinem eigenen Skill. Alter, wie assi ist das denn? Okay. Oh mein Gott, ja, okay. Was soll man denn mit der Plattform? Achso! Achso, ich schicke das jetzt erst. Komm schon da hoch. Ey, das war kein Glück. Ey, ich meine, also, ich wusste das. Ich muss auch so vieles auf einmal achten. Ist so hässlich. Also, das Spiel ist nicht hässlich. Aber ich bin hässlich. Was glaubt ihr, was Sean direkt nach dem Stream macht? Für Starzien Eis essen? Und dabei? Ne K***. Oh mein Gott. Da kam wieder der Affe. Moin, mein Dad. Jeden Sonntag um 12.15 Uhr. Es hat, es, seit, seit über einem Jahr ist das so. Warum checken das die Leute nicht? Oh mein Gott, ich bin so abgefuckt von allem. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Mann. Ein paar Sekunden später. Sollte die Position für dich unbequem sein, kannst du auch gerne den Fersensitz oder eine andere Position deiner Wahl einnehmen. Was hältst du von Mobbing? Das ist eine ziemlich geile Sache, weil ich bin wirklich ein Fan von Mobbing. Junge, ich lande auch immer wie ein Dödel. Weil wir wollen hier keine Schlimm-Schimpfwörter benutzen. Oh mein Gott, du kleiner Dixikon. Die kleine K***er. Ja, dafür zahle ich gerne einen. Jetzt muss ich den hier f***en. Hier darf ich nicht gef***t werden. Hier durch. Und den dann gleich f***en. Okay. Aber deswegen soll ich einfach nicht mit drei E-S-S-S. Alter, bohu, du H***er-S-S-S-Soon. Oh mein Gott, ich hatte gerade drei Pilze. Der hat sie geswitcht zu drei Gründen. Oh mein Gott, ja, ich siss. Ja, vielen Dank, Alter. Wohl so weit auch wieder nicht. Nein! Du Bastard! Oh scheiße! Ey, wo respawn ich? Oh, oh. Nein! 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 Ich wollte keine Arschbombe machen. Oh, du dummer H***er-S-Soon. Gibt's auch andere Musik? Was hast du gegen die Cory-Musik? Warte, aber ich hab dich. Andere Musik, Bruder. Ich hab dich. Ah, ja, Mann. Ich hab dich. Ich hab dich. Bis zum nächsten Mal.